Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Es geht heute um den Monsieur Cuisine Connect, aber ihr seht mich heute nicht in der typischen Kulisse vorm Gerät selbst, sondern wir sprechen über Bio für Dich, Easy und Pure. Ich habe ja gemeinsam mit euch den Test durchgemacht und habe hier sozusagen alle fünf Gerichte, angefangen vom Bio-Würzmischung Chili con Carne bis zum Thai-Curry. Das hattet ihr ja vor kurzem jetzt gesehen. Das war ja mit diesem Wundercap so eine kleine Herausforderung. Ist auch nicht ganz so gut gegangen, aber ich denke, es lag ja auch einfach an dem Wundercap selbst. Ich werde das natürlich dann nochmal probieren, wenn es hier eine Erneuerung gibt und die wird es auch geben. Und zwar eine Art Aufsatz für das Messer. Aber wie gesagt, mehr werde ich nicht verraten. Da könnt ihr euch dann demnächst überraschen lassen. Wen die Einschätzung meinerseits über Easy und Pure interessiert, der darf gerne dranbleiben. Weiter geht es nach einem kurzen Intro. Bevor wir einsteigen, würde ich sagen, wir schauen jetzt nochmal in alle Rezepte rein. Und dann fangen wir am besten mit der Couscous-Würzmischung an. Ja, dann legt man sich hier das Weißbrot hin, nimmt sich seine goldene Gabel und schaut euch das an. Da hat man wirklich ein leckeres Gericht. Ein frisches Gericht. Das duftet herrlich. Man hat hier überall den Ansatz von Gemüse. Man sieht hier die Tomaten, die Gurken, die Paprika. War gut, dass ich nicht nur gelbe genommen habe. Ja, eine Bauernkruste aus dem Römer-Topf wäre jetzt klasse. Aber habe ich lange nicht mehr gemacht. Dann verabschiede ich mich mit diesem Bild hier. Das hat mir persönlich auch richtig gut geschmeckt. Ich denke, ich werde hier auch noch was nachbestellen. Und als nächstes hatte ich ja, glaube ich, die Bio-Würzmischung Bolognese in meinem Rezepte-Programm. Auch hier ein bisschen Parmesan drüber. Und das sieht doch schon richtig lecker aus. Dann hier Gabel, Löffel. Und ich schaue, ob ich im Bild bin. Dann verabschiede ich mich mal wieder mit diesem Blick. Danach haben wir die Bio-Würzmischung Chili con Carne gemacht. Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Die kann man auch anders da machen. Da braucht man im Grunde nicht diese Würzmischung. Aber hier nochmal das Ergebnis. Ja, dann nebendran einfach ein bisschen Baguette legen. Und dann halte ich euch das mal in die Kamera. Halt hier vorne ist es. Und ja, mit diesem Bild wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen. Ja, und zu guter Letzt Easy & Pure Bio-Würzmischung Thai Curry im Paket. Ich habe es natürlich gesagt, es war wahrscheinlich dem Wundercap geschuldet. Ich habe ja zum Schluss, wer das Video gesehen hat, habe ich auf den normalen Herd zurückgegriffen, weil ich einfach die Temperatur für das Hähnchen hier nicht hinbekommen habe. Ich habe das ja extra mit meinem Bratenthermometer nachgemessen. Und wie bei mir üblich, ich muss oben reingucken. Mit... Das gehört dazu. Heute läuft alles schief. Wir belassen es dann bei der Gabel. Das Gericht ist auch jetzt mundgerecht aufgeteilt. Die haben ja immer drauf geachtet. Mundgerechte Stücke, Paprika, Hähnchen. Wenn ich jetzt so ein Resümee erzählen müsste, beziehungsweise was mir hier besonders aufgefallen ist, fangen wir mal an mit dem Geruch. Und der war bei allen, also egal, ob es jetzt beim Thai Curry, bei der Bio-Bolognese, bei der Lachspasta, Chili con carne oder bei dem Couscous war, war der Geschmack einfach sehr angenehm. Ich habe hier keine Chemie rausgerochen. Ich habe ja auch des Öfteren hier vorgelesen, was in diesen Paketen drin ist. Und ich habe ja auch schon gesagt, ich bin in der Regel kein Tütenfreund. Also ich kann auch eine Bolognese machen, ohne so eine Tüte. Ich kann auch einen Couscous-Salat ohne so eine Tüte machen. Und logisch auch eine Bio-Bolognese oder alles, was man hier macht in der Küche, kann man mit ganz normalen Gewürzen machen. Das steht hier auch nicht zur Frage. Ich fand dennoch die Bewertungen der einzelnen User hier auf der Monsieur Cuisine Homepage teilweise etwas komisch. Denn wenn ich gänzlich die Tüten nicht möchte, kann ich das ja auch weglassen. Das heißt, ich muss das nicht bestellen. Es gab da so Kommentare, Mann, jetzt haben wir extra diesen Monsieur Cuisine Connect bestellt, um einfach etwas einfacher uns täglich kochen zu können. Und jetzt fangt ihr mit Tüten an. Und ja, ich finde das irgendwo etwas schlecht gewählt, weil Monsieur Cuisine Connect, also diese Küche, hat hier insgesamt nur fünf Produkte, beziehungsweise fünf verschiedene Tüten. Und die kann man auch nachkaufen. Also wer jetzt das Probierpaket, wie ich das jetzt hier bestellt habe, wer das gerne mal möchte, da ist Lachspasta, Chili con carne, Couscous, Bolognese und Thai Curry drin. Und das kostet hier 7,99 Euro. Und man kann allerdings auch die Fünferpackung kaufen. Also ich kann jetzt fünfmal von dem Thai Curry nehmen. Ich kann fünfmal von dem Couscous nehmen. Also das ist überhaupt kein Problem. Ich werde mir sehr wahrscheinlich dieses Bio Couscous nachbestellen, weil ich fand das besonders gut. Das hat richtig gut geschmeckt. Und man hat bei diesem Bio Couscous auch nicht immer alle Sachen zu Hause. Ja, das ist generell, wenn man solche orientalischen Zusätze haben möchte oder wenn man mal eher so ein bisschen in die Thai-Ecke reingeht und da weiß jeder, der schon mal richtig frisch gekocht hat, auch bei diesem thailändischen, dass man manche Sachen einfach in einem extra Geschäft kaufen muss. Oder die haben keine Saison. Ich hatte das ja hier auch gehabt bei den, was hatte ich da benutzt, bei den Bohnen. Ja, weil es einfach keine Saison war. Und da ist ja so eine Tüte halt auch manchmal ganz, ganz hilfreich. Und es war jetzt auch nichts drin, wo ich jetzt sagen müsste, da haben sie jetzt ordentlich Glutamat reingepackt oder da haben sie jetzt hier wieder ein bisschen, also das hatte alles Hand und Fuß. Ich habe euch ja öfters mal auch was hier in die Hand reingelegt. Man hat die Stücke gesehen und das ist sozusagen wie bei einem Müsli. Wenn man sich ein gescheites Müsli kauft, dann hat man noch die Fruchtstücke mit drin und die quellen dann auf, wenn der Joghurt oder die Milch drin ist. Und so war das hier auch. Also, abschließendes Fazit. Man kann, man muss aber nicht. Und wer das gerne mal austesten möchte, da empfehle ich, wie gesagt, dieses komplette Set. Da kann jeder einfach mal schauen, ob das was für einen persönlich ist. Ich werde mir so ein komplettes Set nicht wieder bestellen, weil ich habe gemerkt, einfach die Bolognese, die bringe ich ohne diese Tüte besser hin. Genauso ist es bei Chili con carne. Da braucht man nicht ganz so viel. Da brauche ich keine Tüte. Anderser ist es wieder bei der Lachspasta und Thai Curry und auch beim Couscous. Das sind außergewöhnliche Sachen und das würde ich mir auch für die Zukunft wünschen von Easy & Pure. Wenn denn solche Tüten im Angebot, dann Sachen, die man nicht so einfach im Handel kaufen kann. Und ich denke, da geht es dann auch in Richtung asiatische Küche oder vielleicht auch ein bisschen spanische Küche. Also da kann man unheimlich viel ausprobieren. Da, deswegen positiv. Ich fand das jetzt nicht schlimm. Ich fand das auch nicht teuer, wenn man überlegt, was man einfach hier auch bekommt für den Preis. Und ja, das muss sich jeder selber ausrechnen, wenn man fünf von diesen Tüten für knapp acht Euro bekommt, plus Versand. Da hat man auch schnell mal was Leckeres gemacht, was auch teilweise dann noch gesund ist, weil man hat ja frische Zutaten. Das war jetzt mein Abschluss zu Easy & Pure Bio für Dich. Wer die Videos nochmal sehen möchte, ich habe sie unten in der Infobox nochmal eingefügt. Dann würde ich mich über neue Abonnenten freuen. So verpasst er keine weiteren Videos. Es gibt was aus der Küche. Es gibt was aus Sache Technik. Mein Vollautomat, der wird in Zukunft auch weiter präsent sein, weil hier gibt es ganz neue Sachen. Und da zeige ich ein bisschen was über Wartung, Sauberkeit etc. Ja, wie immer, einen Daumen hoch, würde ich mich auch freuen. Kommentiert, habt ihr schon was von Bio für Dich, Easy & Pure nachgekocht? Habt ihr es ausprobiert? Wie fällt eure Meinung aus? Würde mich interessieren. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal hier auf Kais Kanal. Bis zum nächsten Mal.